Ich hab mir das von innen angeguckt, aber ich glaub mir wäre schlecht geworden. Jetzt stell dir das mal mit Orkilo Swift vor. Hast du das nicht von außen gesehen? Doch, von außen hab ich das gesehen, das war schon krass. Von innen war bestimmt noch krasser. Nur nicht wieder in die Nähe von den Typen fliegen ey. Nehmen wir erstmal den Marker von der Karte, wo unser Mo-i lag, liegt, wie auch immer. Vorhin, du hattest noch Geld da rein. Äh, ja, 79.000. Ja, siehst du, ich fand gut, dass wir abgehoben sind ey. Wir hätten sofort abheben sollen, oder? Wenn man ins Wasser abspringt, ist man dann tot? Ja, echt jetzt? Scheiße, ich hab... Am besten wär das, wenn du an einem Airport landest, und uns, dass wir unsere Geländewagen rausholen. Das war's. Jetzt kanga ich ihn. Kalli, mein Sita! Kalli, mein Sita! Kalli, mein Sita! Kalli, mein Sita! Wir sind hier nicht. Vielen Dank.